ja leute wieder mal herzlich willkommen hier ist ingo der heimwerker auf youtube ja ich krieg immer mal ein paar anfragen ich soll da mal was reinsetzen zwecks aerotwin scheibenwischer ja hier seht ihr gerade ein no name scheibenwischer der war vielleicht gerade mal zwei monate dran und dann waren schon wieder die die gummis hart also da erspart man echt an der falschen stelle ich würde euch ich würde jetzt zwar keine leibung machen aber ich bin wirklich mit den bosch scheiben das ist zum beispiel dieser post scheibenwischer drückt man rechts und links drauf die halterung die aufnahme ist natürlich hier komplett anders man merkt auch gleich es geht richtig straff drauf auf dem wischer arm der andere geht halt der billigere geht schon leicht drauf da merkst du halt schon da geht es schon sehr straff auch drauf ja ein bisschen leicht anwinkeln und dann druck nach oben ja und dann rastet er dann schon ein hier ja ich habe das jetzt bloß am einscheibenwischer gezeigt weil auf der anderen scheibenwischer drüben ist es genau dasselbe prinzip deswegen bräuchte es nicht zeigen noch einmal den schmeißen weg ja das war es sehr kurzes video das war ich schon alles worum es hier ging ja schön dass ihr zugeschaut habt wenn euch das video gefallen habt lasst einen daumen nach oben da abonniert mich hat der vorteil dass ihr kein anderes video mehr von mir verpassen ok ich sage tschüss und das war ingo der heimwerker auf youtube